Der Schaltplan zeigt einen Inverter in CMOS-Technik mit Tri-State-Ausgang. Der eigentliche Inverter wird durch zwei Transistoren so ergänzt, dass sich die Möglichkeit ergibt, den Ausgang in einen hochohmigen Zustand zu versetzen. Tri-State-Bausteine besitzen einen zusätzlichen Eingang, der häufig als Output Enable bezeichnet wird. Dieser schaltet den Ausgang vom hochohmigen in den niederohmigen Zustand. Bei inaktivem Output Enable Eingang bleibt der Ausgang hochohmig. Der Ausgang wird erst aktiviert, wenn der Output Enable Eingang aktiviert wurde. Der Ausgang wird erst aktiviert, wenn der Ausgang schaltet, wenn der Ausgang aufgehört wurde. Der Ausgang wird erst aktiviert, wenn der Ausgang ist.